so heute ist der sonntag der 17 januar 2021 und es scheint so dass die schneetage dieses winters jetzt angezählt sind nach aktuellen wetterbildern wettervorhersagen haben wir jetzt noch genau diesen sonntag montag mit schnee ab dienstagnachmittag geht der schnee in regen über und dann kann ich vielleicht noch einige tage auf rest schnee rumrutschen aber dann kommt eine fette tauwetterperiode und dann ist erst mal dieser herrliche winter vermutlich für längere zeit und vermutlich für den gesamten winter vorbei und deshalb nutzen wir aktuell noch jede schneeflocke die jetzt vom himmel fällt um noch schnee vergnügen zu haben auf unseren trekking ski gemeinsam mit unseren zukunden fly und luci und jetzt geht es los und wir suchen jetzt leupen wo wir noch gut vorwärts kommen es hat etwa heute nacht und aktuell zehn zentimeter neuschnee auf eine haarschneedecke geschneit und das sind optimale bedingungen um auch querbeet laufen zu können oder eben auf neu gespurten leuben die von vereinen der region gezogen werden wenn sich leute finden die den motorschlitten ziehen können und ziehen wollen so jetzt schwingen wir uns wieder auf unsere ski bei meinem trekking ski der bereits schätze mal 15 oder jahre alt ist ist gestern eine stahlkante rausgerissen aber so wie es aussieht kann ich die dinge auch noch ohne diese stahlkante weiter benutzen schauen wir mal was passiert ok ça Start! Hey Kuda! Hey Kuda! Ja. Und drehen dann auch die Leute. Super. Wir weisen ihn aus, wie gepudert. Ja, aber man merkt, dass kein Pappschnee ist. Okay, langsam. Kuda! 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 Kaisar! Kuda! 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 Wird sich stopp! Geradeaus... Weichten hier rein! Stopp! Wird sich stopp! Und sieg zu dir, ich gehe, und sieg zu dir, ich gehe. Kein' sa, kein' na, kein' sa, kein' sa. Kein' sa, kein' sa, kein' sa. Kein' na, kein' sa, kein' na, kein' sa. Heute haben wir mal was Neues dabei, Marmeladenbrötchen mit Spritze gefülltes Brötchen mit Pflaumen. Ja, eigentlich ist das ein Germknödel, den aber umgearbeitet zu einem Pflaumenmarmeladenbrötchen. Heute haben wir mal was Neues dabei. Kein' sa, kein' na. Kein' sa, kein' na. Kein' sa, kein' na. Kein' sa, kein' na. Musik Im Waldgebiet zwischen der Westerwaldstadt Renneroth und der Ortschaften Rehe, Mademühlen, Driedorf und Grombachtalsperre und wir sind heute auf etwa einer Strecke von 25 Kilometern unterwegs. Ja, an diesem Sonntag hier, wo in Deutschland immer noch ein harter Lockdown angewendet werden muss, befinden sich trotzdem etliche Menschen hier auf Langlaufskiern, auf schön gespurten Läuben im Hohen Westerwald. Aber man kann sich beim Langlauf gut aus dem Weg gehen, Abstand halten, die Corona-Regeln einhalten, sodass wir uns hier bei diesen Aktivitäten sicher und wohlfühlen und auch niemanden gefährden, falls wir Corona-Viren an uns haben sollen. Ja, woher? Ja, vielleicht sind die mutierten Corona-Viren, befinden sich nicht in den Aerosolen, sondern in den Lebensmitteln. Nein, in Schneeflocken zum Beispiel. Und können dann noch ein bisschen weiter fliegen, wie nur anderthalb Meter oder so. Jetzt fängt es wieder ein bisschen an zu schneien, ein leichter Dauerfrost, der gegen Abend und morgen auf 0 Grad runter geht, rauf geht, meine ich. Und da wird es morgen noch möglich sein, bei Pappschnee unterwegs zu sein, aber das ist dann nur eine Frage, dass wir unsere Skier richtig wachsen. Erstmal Land of mountains. Ja, gerade eben sind meine Tochter Samira und ich gemeinsam mit unseren Hunden Fly und Luzi von einer 30 Kilometer Dockscooting-Tour auf Skiern zurückgekehrt in unser Wohnwagenlager. Und ich muss gestehen, mich 30 Kilometer zu bewegen auf Trekking-Ski durch den Hohen Westerwald mit meiner Hündin Luzi am Bauchgurt. Das hat mich jetzt doch ganz schön gestresst. Eigentlich hatte ich noch vor, mit Samira jetzt ein Feuerchen zu machen, draußen Tee zu kochen, ein bisschen Tee mit rum, ein bisschen am Feuer sitzen. Samira wollte noch eine Runde Schlittschuh laufen, wird sie wahrscheinlich auch gleich machen, obwohl es schon 4 Uhr ist. Aber man merkt jetzt schon Mitte Januar, dass die Tage etwas heller werden. Ja, und diese Langlauftour, diese Skitrekking-Tour, dieses sogenannte Docks-Jöring, nein, Ski-Jöring. Da hatten wir heute eine Menge Menschen, die uns begegneten, die sehr erstaunt waren, die sehr verwundert waren, die es lustig fanden. Einige bezeichneten uns auch als Spaßvögel. Auf jeden Fall konnte man beobachten, dass die wenigsten Langläufer, die mit Ski heute an diesem schönen Sonntag, den 17. Januar 2021, hier auf prima gespurter Läube im Hohen Westerwald unterwegs waren, kannte das oder kennt das, dass man sich per Bauchgurt von einem Hund, von einem lauffreudigen Hund auf Skiern ziehen lässt. Ich selbst kannte es bis vor 10 Jahren auch noch nicht und habe es zufällig entdeckt in Skandinavien. Die Schweden, die machen, oder dort ist das regelrecht ein Sport, das sogenannte Ski-Jöring, in dem man sich von Hunden ziehen lässt oder sogar von Pferden auf zugefrorenen Seen und weiten Schneelandschaften. Und da geht auch immer die Post ab. Nichtsdestotrotz, so einfach wie sich die Leute das vorstellen, die uns heute begegnet sind, ach ja, das würde ich auch gerne machen, könnt ihr mal uns eure Hunde leihen. Sie würden noch keine 100 Meter weit kommen, ohne auf der Nase zu liegen. Denn solches Docks-Jöring, solches Ski-Jöring oder dieses Ski-Scooting, das geht natürlich nur dann, wenn die Hunde das getrainiert sind, wenn die Hunde wissen, was sie machen sollen und unsere Hunde hören nicht auf Hinz und Kunz. Die hören auf uns, wir sind ihre Bezugspersonen, wir sind ihre Rudelführer und dementsprechend verhalten sie sich, wenn da irgendjemand anders kommt und sagt, okay, kannst mir mal deinen Hund leihen, ich finde das so cool, mich da durch die Gegend ziehen zu lassen. Dann werden unsere Hunde demjenigen ein Schnippchen schlagen und vielleicht einem Hasen oder einem Reh nachjagen und dann, ja, dann liegt man im Schnee. Und ich muss gestehen, ich bin in den letzten Tagen auch dreimal nicht ganz unerheblich heftig gestürzt, aus unterschiedlichen Gründen. Einmal hat mir die Zugleine von Luzi, die bei Fuß neben mir lief, hat mich in dem Moment, wo Luzi nach vorne schnellte, um wieder zu ziehen, hat mich von den Beinen gerissen, weil sich die Zugleine in meinem Schuh verhettert hatte. Beim zweiten Mal war die Straße vereist, auf der wir vom Pennymarkt zurück auf die Schneespur wollten. Da hat es mich ordentlich auf den Rücken gebrettert. Gott sei Dank hatte ich einen Rucksack auf, in dem sich Lebensmittel befanden. Ja, und beim dritten Mal, das war vorgestern, eine steile Abfahrt, wo es rasant runterging, lange, langgezogene Piste. Und da habe ich auch das Gleichgewicht verloren. Und es hat mich in den Schnee gebrettert und es hat gewaltig gekracht. Und ich habe schon gedacht, oh oh, das war jetzt ein neues Hüftgelenk. War es aber nicht, das war mein Skistock. Ich bin also auf meinen Skistock gestürzt und der ist durchgebrochen. Durchgebrochen und das gab dieses unangenehme Geräusch, wo ich dachte, ahhh. Okay, in diesem Kontext kaputtgebrochene Stöcke, da fällt mir noch oder habe ich heute über eine Geschichte nachgedacht, die schon garantiert über 30 Jahre zurückliegt. Damals war ich noch junger Lehrer an der Kopernikoschule in Freigericht. Und die Freigerichter Kopernikoschule war und ist bis zum heutigen Tage auch Wintersport. Begeistert ein Wintersport Schwerpunkt. Seit ewigen Zeiten gibt es Skifreizeiten, Skikurse, Skilehrgänge, Skiprojekte in Österreich. Und früher gab es auch Skiprojekte im Hohenschwarzwald. Damals, wovon ich jetzt gerade, was mir so eingefallen ist, war das Landschulheim des Main-Kinzig-Kreises im Hohenschwarzwald in dem Örtchen Bernau. Dort war ich früher öfter auch zu Winterzeiten, denn die Kopernikoschule Freigericht hatte auch einen kompletten Klassensatz mit Langlauf-Ski. Und ich erinnere mich an eine Klassenfahrt mit zwei Klassen, mit einem älteren, kernigen Kollegen. Also 60 Schüler mit zwei Sätzen Langlauf-Ski im Hohenschwarzwald. Und mein werter Kollege meldete sich gleich am zweiten Tag mit ziemlich hohem Fieber krank. Und ich hatte 60 Schüler, neunte und zehnte Klasse am Hals, um die in Bernau hoch oben auf 900 Meter im Schnee zu beschäftigen. Das war gar nicht so einfach, wie ich mir das damals so vorgestellt hatte. Um die Schüler zu motivieren, packte ich in meinen Rucksack einen sogenannten Ghetto-Plaster, einen CD-Player mit damals bei den Schülern beliebter Musik und marschierte vorne raus. Und der Ghetto-Plaster, Feuer dann nach hinten, Musik raus und 60 Schüler stocherten mehr oder minder gut, mehr oder minder geübt mit Langlauf-Skiern hinter mir her. Was auch noch wichtig war, ich musste den Schülern ein Ziel präsentieren, von dem sie annahmen, dass es sich lohnte, dort auch anzukommen. Und das war eine schöne, große Gaststätte. Ja, nach zwei oder zweieinhalb Stunden erreichten wir diese Gaststätte auch. Und es war cool und es war schön und wir waren willkommen. Und da es sich um eine Abschlussfahrt handelte von neun und zehn Klästern, war das vor 30 Jahren noch nicht absolut strengstens verpönt und verboten, dass Schüler auch mal ein Glas Bier trinken durften auf so einer Abschlussfahrt. Das heißt im Klartext, etwa 50 Prozent aller Schüler saßen mit einem Humpen Bier am Tisch, ich ebenfalls, als plötzlich die Gaststättentür von außen aufging und mein älterer Kollege reinmarschierte. Und von dem wusste ich, das war ein absoluter Gegner jeglichen Alkoholkonsum, sowohl privat wie auch, als schon mal gar nicht, mit Schülern bei einem Abschlussfahrt war. Also strengst, das ist verboten, verpönt und nicht akzeptiert. Gott sei Dank hatte mein Kollege, war Brillenträger, und seine Brille beschlug sofort, sodass er keinen Durchblick hatte, was in der Gaststätte so vor ihm eigentlich saß. Und meine Schüler verstanden sehr schnell meinen Wink und sie ließen ihre Biergläser nach unten verschwinden. Diese Maßnahme wäre beinahe schiefgegangen, weil die Bedienung angerannt kam und dachte, die Schüler wollten die Biergläser klauen. Okay, das konnten wir auch noch irgendwie auf die Reihe kriegen. Mein Kollege putzte eine Viertelstunde lang seine Brille. In der Zeit hatten meine Schüler ihr Bier schnell weggeext. Und ja, mein Kollege trank Pfefferminztee. Er war ja krank, er hatte sich krank gemeldet. Und er wirkte auch noch ein bisschen plass. Und er kam auch auf die glorreiche Idee, sofort wieder nach dem Tee die Gaststätte zu verlassen. Und er sagte dann noch zu mir, ich wünsche euch einen guten Rücklauf. Und ich denke mir, dass ich in der Küche Bescheid sage, dass ihr heute etwas später zurückkommt und dass das Abendessen um ein bis zwei Stunden verlegt wird. Ja, der Kollege war nicht so blöd, wie er aussah. Der hatte schon durchgeblickt, was Sache war. Und dass wir ziemlich spät dran waren. Und was dann auf dem Rückweg passierte, das war wirklich ätzend. Denn genau das, was mir in vielen Jahren beim Langlauf hier im Hohen Westerwald auch immer wieder passiert, wenn der Schnee pappig wird, dann fängt er an zu kleben. Und dann klebt er so an den Langlaufskiern fest, dass sie nicht mehr kleiden, nicht mehr rutschen. Und dann wird es zu einer elenden Quälerei, sich mit solchen Skiern durch nicht mehr rutschenden Schnee zu schaffen. Und meine Schüler haben damals dann probiert, den klebenden Schnee von ihren Schuhen, von ihren Schiern mit ihren Langlaufstöcken wegzukloppen. Das führte dazu, dass nach einer Stunde etwa 50% aller Langlaufstöcke zerbrochen waren. So wie vorgestern mein Langlaufstock, als ich mich draufgelegt habe. Macht das Bingo! Ja, und wir mussten ja zurück. Und auf diesem Feldweg, wo wir da entlang marschierten, da hatte irgendjemand junge Bäume gepflanzt. Und die jungen Bäume hatten drei Stäbe mit Seilen verbunden, um die Bäume am Umstürzen zu hindern, zu schützen. Und bei jedem zweiten Baum fehlte dann nachher die dritte Stange. Denn diese Stangen, die wurden umfunktioniert zu Skistöcken. Ja, wir kamen zwei Stunden zu spät zum Abendessen, bekamen aber noch Abendessen. Und am nächsten Tag gab es eine Wanderung mit diesen Holzstäben, die wir erfolgreich als Skistöcke benutzt hatten. Und die wurden dann wieder neu eingepflanzt, an die Stellen, wo wir sie entwendet hatten. Also diese Story fiel mir heute bei unserer 30-Kilometer-Tour so ein. Sonst fiel mir heute nichts ein. Und deshalb verwende ich die mal gerade bei meinem Storytelling, was ich mal jetzt wegen besonderer Schneeverhältnis im hohen Westerwald mal unterbrochen habe. Aber in den nächsten zwei, drei Tagen wird hier im Westerwald massives Tauwetter einsetzen. Es wird glitschig, es wird schlammig, es wird ätzend, es wird widerlich. Radfahren kann ich dann auch nicht. Und mit dem Skifahren hat sich dann vorläufig für längere Zeit auch wirklich erledigt. Ja, und dann fange ich wieder an, Geschichten von gestern, vorgestern und von ganz, ganz weit zurück zu erzählen. Und das, was ich gerade erzählt habe, das liegt garantiert satte 35 Jahre zurück. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Land of Mountains 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020